WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Das ist noch ein Runde, die wir schon haben. Dann können wir die Spinnung bleiben. Halt ihn ja richtig. Hannes Castrum. Dann Borca auf Platz 1 von Tönix. Hier sind für die letzte Runde angezeigt. Der Schwamze David mit der Standeurograna. Von Hannes Castrum. Nicht einzuholen. Hier wieder auf der 2. Schlapperteam-Extreme. Gleich der 310. Der Runde unterwegs. Das Wurde. 50.0. Tagessieg in der 80-Klasse. A-Tin-Ka-Webseek-Team. Hannes Castrum. Der Start in der Klasse. Das ist noch bei der Post. 90.11. Zeigt der 2. Klasse. Und verweist. Rolllau. Auf den roten Platz. Der jetzt gleich noch angegriffen werden kann. Der 834. Der 834. Der jedes 1. Werft der 834. Der 834. Vielen Dank.